Hallo und herzlich willkommen bei Virtus.io und einer neuen Folge Destiny 2 dank dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir rennen hier immer noch auf Nessus rum auf der Suche nach Kate Six deswegen bleibt man dran. Wir sind trotz dieser Kackwaffe eigentlich relativ weit gekommen. Hey du solltest dich beeilen. Ich glaube einer von denen hat gerade gesagt dass er mein Horn als Trophäe haben will. Mein armes schönes Horn. Welches Horn? Das ist auf dem Kopf weil manche rennen ja hier immer auf so ein Kopf dick rum. Wir sinds! So 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 wo gehts lang? Da gehts lang. Danke. Kann ich in Sisu-Ko rein? Ja da kann ich keine rein. Ist hier aber keine Wechs. So. So. Okay da sind sie. Gut dass ich echt nichts da habe. Ich habe nichts. Na da. Niente. Und nicht mal mehr. Munition. Na. Na da ist es so Schrott, ne. Sie. Die Waffe ist so schrott, ne. Die Waffe ist so schrott, ne. So. Gott sei Dank hier ein bisschen wenigstens. Hey! Nur nichts zu uns sparen. Lanz mich mal. Gut, ich hab meine Ulti wieder. Ich brauche mir die Bienen. Das ist ein bisschen abgehauen. Bitte lass eine bessere Waffe sein. Wir sind die schon mal besser. Was ist das für ein Automatikgewehr? Muss sein jetzt hier. Dann läuft er rum. Toll. Wofür habe ich jetzt meine Ulti gezündet? Na gut, wir haben den halb untergekloppt. War schon mal gar nicht so verkehrt. Boah, die verzieht aber. Boah, die verzieht aber. Was ein dicker Boss. Was ein dicker Boss. Was eine schöne Attacke übrigens. Was einen dirend an der Seite. Was ein dicker Boss. Und da weitergelebt. Was ein dicker Boss. Was ein dicker Boss. Ich muss mal am Àm auch schalten. Einer am anderen ausschalten. Und dann ist es noch ein dicker Boss. Wart auf. Lauf nicht weg. Jawoll, jetzt machen wir wenigstens Dampf hier. Wo seid ihr? Dürfen wir jetzt nicht aufladen lassen. Das ist echt eng. Nein. Ja. Hey, der Gefallene hat was fallen lassen. Das kannst du nicht nehmen. Da. Was bist du für eine Waffe? Oh, die macht ja richtig Bock. Wenn wir ein bisschen aufräumen, ja? Genau mein Stil, Alter. Wo müssen wir noch hin? Du hast uns gerettet. Aktualisiere Crewlogbuch. So, neues Ziel. Die Frage ist, wie lange dürfen wir die behalten? Neuer Kapitän registriert. Willkommen an Bord, Captain. Na schade, jetzt ist sie bestimmt weg. Hey, hey. Runter, runter, runter. Sch, sch, sch. Es stimmt also. Das Licht hat zu dir zurückgefunden. Nicht, dass ich eifersüchtig bin, aber... Mach mal langsam, ja? Sonst stehe ich dumm da. Was hast du eigentlich mit dem Vex-Teleporter vor? Mich persönlich bei Ghaul vorstellen, ihn platt machen und dann lecker was essen. Aber erst muss ich hier ran. Das Tolle an Vex-Tag, kein bisschen intuitiv. Kate, das kannst du nicht alleine machen. Klar kann ich. Solltest du Ghaul besiegen, wird die Rotlegion trotzdem alles in Schutt und Asche legen. Ob sie gewinnen oder nicht. Die Kabale sind voll fiese Fieslinge. Yep, verstanden. Tut mir leid, aber du verstehst anscheinend nichts. Die Kabale sind einfach gnadenlos. Ihre Waffe könnte einen Stern zerstören. Alter, Witz ist im DL ohne Ende drin, ne? Hey, hey, hey. Mach mal halblang, sonst kriegst du einen Kurzschluss. Zavala hat einen Plan. Er braucht dich, Kate. Ja, Zavala sagt immer, er hätte einen Plan, aber manchmal... Warte. Zavala sagt, er braucht nicht. Das sind die Worte, die Zavalas Mund verlassen haben. Ja, hat er. Bitte, sagt mir, ihr habt das aufgenommen. Hat die Korah es wenigstens gehört? Tatsächlich ist sie seit dem Fall der Stadt verschwunden. Niemand weiß, wo sie ist. Io. Io, dort würde sie nach Antworten suchen. Hey, ähm... Danke. Das war's gut. Immer gerne. Achtung, Wartung, dass es nichts weiß, aber beginnt. Augenblicklich, laufende Spiele werden beendet. Und spielen... Nein. Das ist ja blöd. Warum denn jetzt? Jetzt, wo ich aufnehmen muss. Will. Kann. Wir haben noch 10 Minuten, vielleicht schaffen wir es ja. Vielleicht kommt ja hier noch was zustande. Wenn nicht, müssen wir leider abbrechen. Sehr schön. So. Jetzt haben wir nämlich das Gebiet auch frei. Ansprechen. Wen denn? Hallo. Ach, das Gerät. Das ist sehr lieb von dir. Wie viel haben wir denn ohne Ende eigentlich? Wir hatten den kleinen Klauen. Nur ein Witz. Klauen darf man nicht. Normalerweise. Aber die Wechs sind Alien-Roboter-Monster. Da herrschen andere Standards. Es ist kein Mord bei Robotern. Besuch mich bald wieder. Alle, die ich kannte, sind nur noch Staub und Asche. Ich bin einsam. Das hört man. Viel Glück. In der Wilden ist sie unverfügbar. Ich dachte, ich kriege wenigstens was Schönes von ihr. Aber nee, anscheinend nicht. Da ist ein Event. Kommen wir da noch mit hin? Oh, da sind wir zu spät. Ach, schade. Meilenstein wurde auch aktualisiert. Ja gut, das wissen wir ja. So, dann gucken wir erstmal, was wir hier alles bekommen haben. Wir müssen uns hier mal ein bisschen verbessern. So. Schon mal gut. Weg. Da ist nix. Die kann erstmal weg. Das war ein Stück, ein Löwenherz. Aber. Die lasse ich auch mal dreck verschwinden. 92er Level haben wir. Da sehe ich wie das der. Da sind die Abenteuer. Ja, und jetzt würde es nach Io gehen. Da müssen wir aber Stufe L fähren. Also sprich, würde ich mal sagen, bleiben wir doch nochmal hier. und versuchen nochmal ein Abenteuer zu starten. Juhu. Wo sind sie denn? So, ich wollte hier eigentlich zu dem Abenteuer, was hier irgendwo war. Da. Ups. Nee, nee, macht auch Spaß. Das ist ja nicht das andere jetzt. Ey, lass mich in Ruhe. So, kann ich jetzt noch gucken? So. Irgendwo hier muss ja sein. Erstmal, kann man das mitnehmen? Jawohl. Wüsste ich doch. Das. Oh, Level 90. Prima. Das ist schon mal gut. Peter, in deiner Nähe ist ein getarnter Gefallener. Neutralisiere ihn. Wir müssen eine Theorie nachweisen. Wir haben etwas bei ihm gefunden. Es sind die Koordinaten der Exodus Black. Ganz genau. Wir haben erfahren, dass die gefallenen Vorhaben Failsafe's Hauptrechner zu zerstören und Ersatzteile aus ihr zu machen. Das werden wir nicht zulassen. Wir kommen Failsafe. Vielen Dank. Die Fortsetzung meiner Existenz ist eine meiner obersten Direktiven. Es war die Kate-Einheit, die die Gefallenen zu mir führte. Nehmen wir dich da mal. Er hat mich voll auffliegen lassen. Das ist alles seine Schuld. Warum immer hier? So geht das gut. Boah. Was muss ich denn hier tun? Muss ich das kaputt machen? Ja. Aber mit ein bisschen mehr Sicherheitsabstand, würde ich mal sagen. Was ist da drüben hin? Ich muss kurz erst mal warten. Boah, shit. Ah-ha. Ah-ha. Einen haben wir noch, oder? Jawohl. Die sind echt stark hier. So. So. Ich empfange ein gefallenen Signal aus einer nahegelegenen Höhle. Ich glaube, daher kommen Ihre Befehle. Sollen wir die Anführer ausschalten? So wie ihr das Haus der Wölfe zerschlagen habt. Tut, was ihr tun müsst. Ah, ja, schön wieder die Kurve ein bisschen kriegen zu den älteren Sachen. Das Haus der Wölfe, ne. Der brennt auch schon wieder. Der ist eigentlich nur da rüber. Sehr gut. Ein bisschen Zeit gespart. Ich? Wow. Wow ist auf dem Schlachtfeld kein hilfreicher Ausdruckgeist. Das gefallene Signal hat seinen Ursprung hinter einer riesigen Barriere die Wexttechnologie verwendet. Offenbar haben sie sich ein Spielzeug geklaut. So, und wir machen hier kleine Päuschen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, ruhig runter in die Kommentare. Und in der nächsten Folge geht es hier weiter mit Exodus Belagerung. Also bleibt dran. damit geht es um knapp. Ich, glaube ich, wir fehlen. Wenn ja, ruhig runterräumt ist. Ja, ruhig runter millones萬. Ich? ��